Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandbook 2 Cortex tracks back. Tja, ich stecke noch immer in diesem Kack hier fest. Wow, ich habe es geschafft. Und schnell durch. Aktivieren und jetzt wieder den Rückweg bestreiten. Der Rückweg ist meistens. Okay. Eine Maske will ich mir schon behalten. So, jetzt kommen wir gleich zu den Säulen. Genau, da springen wir drüber. Wow, Gott sei Dank hat es uns jetzt aufgehalten. So, und jetzt? Ah ja, genau, da hinten. Ich war schon wieder. Da ist das Leben. Irgendeine Kiste, die uns doch gefehlt hat. Und jetzt ja nicht verkacken, Crash. Schön, langsam draufschlittern. Jawoll, du machst das toll. Wir haben 90 Kisten. Und mein Telefon, Leute. Leute, ich bin gleich dieser. So Leute, da bin ich jetzt wieder. Ich habe kurz einen Schnitt gemacht. So, jetzt ist es. Das Leben will ich haben. Ich will das Leben haben. Ich will das Leben haben. Danke. Ich hoffe, ihr habt den Schnitt tatsächlich gesetzt. Denn ich habe vergessen, dass ich auf Pause drücke. Ich will das Leben haben. Ich will das Leben haben. Okay. Jetzt habe ich auch 14 oder 15 Leben, so wie am Anfang. Normalerweise hätte ich jetzt 20. Aber ja, man kann ja nicht alles haben. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, jetzt haben wir ihn dann mit dem Ingle. Ah. Tod. Da ist ein Check... Ja. Da ist ein Checkpoint. Moment. Dann bin ich bei uns diese verkackte Level-Digüge machen. So, hier haben wir... Hier muss ich, glaube ich, jetzt ein paar Dinge aktivieren. Ja, genau. Muss hier die Kisten aufploppen. Habe ich da jetzt eine vergessen? Ah, jetzt ist es aufgeploppt. Und Nitro-Kisten. Toll. Dreh dich! Luftblechflug, wie kann es mal? Ach nein. Sollst du nicht da reinlaufen, du sollst da weiterlaufen. Hallo Igel! Bleib wieder klein. Kleines Igelschwein. Blup, 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 blup! So, vier Kisten. Mit viel Momofrüchten. Und wir haben wieder ein Leben. Ja. Das finde ich toll. Stirb! Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Stirb! sterben. Nische. So, meine Wunderwichte. Langsam flittern. Ja, danke, Crash. Oh ne, ach du Kacke. Wer hat sich denn den Kacke ausgegeben? Da. Das ist nur eine Kiste, glaube ich. Ja. So, wir haben jetzt mehr als 100 Kisten. So, und jetzt fehlen langsam hier drüber. Eigentlich wollte ich das Leben jetzt auch noch haben, aber auf das kacke ich jetzt. Ich will nur schauen, dass ich jetzt das Level so schnell wie möglich packe. Hallo, 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 ich bin nicht gut. Ich bin halt so witzig. Sterb. So, freu sich nicht zurück. Kisten. Da ist der Kristall. Mein Kristall. Böse Igel. Sterb Igel. So, da ist, glaube ich, ein Leben drin, oder? Nicht? Kisten weg. Ja, Kisten weg. Sterb Igel. Nicht da. Oh! Nein, jetzt falle ich runter da auch noch. Nicht da. Hallo, Igel. Sterb Igel. Sterb Igel. Sterb. Sterb. So, Igelchen. Du stirbst jetzt Fall. Danke. Boah! Boah, das war jetzt knapp, ey. Bevor das noch ein Checkpoint? Ist das Level wirklich so lang? Ich bin wirklich so lang? Sag jetzt bloß, ich kann jetzt die Kiste da oben nicht mehr zerstören. Doch. Gott sei Dank wenigstens. Hoi! Checkpoint. Neidstock ist ein Tod. 150. Oh! Boah! Boah, kacki. Vielleicht bekomme ich wieder Leben. So, da oben ist eh nix mehr, oder? Nein. 155. Also, wenn das jetzt passt. Ja! Mann! Ein Kristall! Ja, wir haben wieder zwei Kristalle mehr. Yes! Cold Heart Crash. Wir müssen dich nie wiedersehen. Yes! Ruination? Äh, ich will nicht Behaving machen. Ja, mach mal halt Behaving, oder Ruination, weil das lustig ist. Das Behaving, das lass' ich mir noch ein bissl Zeit. Ah, cool. Solche Level sind schön. Aber dieses Level ist... Ja, klar. Solche Level sind schön, aber dieses ist nicht schön. Ja, ja. Ja. Hallo Nitro-Küste. Bumm. Ja. Ja. Hallo Nitro-Küste. Bumm. Sterb. Hm. Ich muss das ein bissl anders angehen. Ja. Ja, das war echt zu übermittelt. Hallo Nitro-Küste, die da hinten versteckt ist. Hallo Ratte. Hopp. Hopp. Ich spring da einfach drüber. Mir doch egal. Und der erste Checkpoint. Das Level ist nämlich gar nicht schön. Das kann nämlich zum Fiesacker werden. Also zum Peinecker. Oh ne, der Affe. Oh ne, der Affe. Halleluja. Gdisch. Puff. Ah, ich bin vorbeigesprungen. Darum. So, drauf da. 3, 2, 1. Bumm. Nitro-Küste. 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 Tot. Was haben wir da oben? Eine Maske. Ich kann mir schon genau denken, für was ich die Maske jetzt bekomme. Hallo liebe Nitro-Küste. Genau das habe ich nämlich gemeint mit den Nitro-Küsten. Ah, da ist ein grüner Edelstein. Aber vorher Checkpoint aktivieren. Dann gehen wir auf diesen grünen Edelstein. Oh ne. Ich sehe schon. Das ist nicht gerade die feinste Art hier. Hier? Also in der Art wie mit den Fässern im ersten Teil. Nein! Eine Crash! Du darfst nicht runterfallen. Ach. Naja. Was soll's? Jetzt springe ich genau da rein. Toll. Ding, 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 ding. Bam, 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 bam. Stirb! Danke. So, jetzt schießt er wieder mit Feuer. Ach, das war wieder so knapp. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Ah, jetzt ist lustig. Nämlich die Wackelpassagen. Da muss man nicht. Und ich spring genau drüber. Neun, heben. Toll. Neun, heben. Toll. Neun, heben. Bam, 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 bam. So, gleich kann er wieder. Ich bin doch gesprungen. Hm. Din, 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 din. Ach ja. Toll ist es hier. Stimmt. Böse Affe. So, lass dein Feuer los. Denn jetzt ist es wieder lustig und schön. Ach. Bom, bom. Stimmt. So, auf die Wackelpassage. Bisschen mitlaufen. Hopp. Wieder auf die Wackelpassage. Und spring jetzt ja richtig, Crash. Ich sag's dir. Danke. Oh. Viele Bombefrüchte. Eine Maske. Woher, da haben wir das verdient. Aber es scheint, hier gibt es keine Kisten. Oh. Oh. Wenn ich mich jetzt nicht richtig, wenn ich mich jetzt richtig verschaut habe, gibt's hier keine Kisten. Und hier gibt's nur den Edelstein. Okay, jetzt auch recht und schön. Auf den grünen Edelstein drauf. Und ich glaube, wir müssen das Level nochmal machen. Ja. Hier gibt's wenigstens keine Kisten. Aber den Kristall haben wir dann schon mal. Stärbratte. Die Nitro-Kisten brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht zerstören. Aber die Maske gehört mir. Bam, 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 bam. Stirb. So, an das Ziel gehen wir noch. Und dann machen wir einen Cut. Oh, wir haben nur 15 Kisten. Cool. So, wir gehen jetzt noch raus. Wir liefern den Edelstein ab. Und dann machen wir das coole Level nochmal. Also Leute, wir sehen uns dann. Bis dann. Haut rein. Und. Ciao, ciao. Einen. Morgen Laurenti. Vielen Dank.